Okay, der Plan ist jetzt den Heritage Roman Way zu beschreiten, einen der Winden in Malta ausgeschilderten Wanderwege. Er soll etwa drei Kilometer, dieser Heritage Trail, drei Kilometer durch Gebirge, Landschaft führen und diverse Sehenswürdigkeiten zeigen. Mal sehen, wie weit ich komme. Nehmen wir euch mal ein kurzes Stück mit. Das geht hier nämlich schon los. Ausgeschildert in verschiedenen Sprachen. Fußweg steht da auch, zu einer Kapelle. Gut, das machen wir jetzt.